Wenn das aufgeladen ist, also auf 100% ist, dann gehen die beiden Spieler vor zum Boss und dann kriegst du einen Buff und dann preist du deine Sonnenblume. Ich würde der Einfachheit halber aber einfach meine Sonnenblume ins Target nehmen und die preisen, weil ich als Tank immer vorne stehe. Okay. Könnt das ja mal kurz testen. Das ist so cool. Danke, Goony, Alter. Ja, immer wieder gerne. Ich kann das mal Fokus setzen für mein Glied. Ich kann die.